Ihr seht da meine Arbeit Cannot Make Out Your Flags, Come Nearer und die Arbeit verwendet das internationale Flaggenalphabet. Ich bin aufgegangen und habe das überall erklärt, was das jetzt ist, damit es das Geräusch von Wellen, die von vorbeifahrenden Schiffen erzeugt werden. Wir haben vorwiegend aus Metall dort stehen und das haben wir so ein bisschen als Bezugspunkt genommen, indem wir über den Kunst im öffentlichen Raum gesprochen haben. Eine Sonnenuhr, die mit einem Polstab funktioniert, wo der Polstab am Abend, wenn der Tag vorbei ist, sozusagen den Schatten, genau über den Fotografierten Schatten wirft. Arm, gesicherte Einfamilienvogelhäuser. Das zeigt eine Blüte, die sich beim Gewächshaus gegen die Glasplatte drückt und trägt und das ist Teil einer größeren Serie, wo ich mich mit so Gewächshauskulturen fotografisch aus der Hand gesetzt habe. Das habe ich mit einigen Collaboration mit einigen anderen Artikeln, ein Freund von mir. Das ist ein ganz schönes Mal, wie das ist, wie die Pässe am Ende. Malina Merzitsch und das heißt Franz Ezek. Also das ist genau und auch jetzt ganz richtig schnitten und gedreht. Das ist super, super Valenzier, ist super groß. Das ist sehr, sehr großartig. Okay, das ist auch gut. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Vielen Dank.